Die Tempelhofer Vorstadt ist die Bezirksregion 2, eine von acht 2009 geschaffenen Untergliederungen des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg für die Erstellung des Bürgerhaushaltes. Die Tempelhofer Vorstadt umfasst den Teil des Bezirks, der südlich des Landwerkkanals liegt. Ursprünglich gehörte das Gebiet zur Tempelhofer Feldmark und bestand weitgehend aus Ackerland. Es wurde 1861 nach Berlin eingemeindet und bildete dort bis 1920 einen eigenen Stadtteil, damals auch Tempelhofer Revier genannt. Bei Bildung der 20 Bezirke im Rahmen der Erweiterung der Stadt zu Groß-Berlin 1920 ging die Tempelhofer Vorstadt zusammen mit einem Teil der Luisenstadt, der südlichen Friedrichstadt und der oberen Friedrichsvorstadt im neu gebildeten 7. Bezirk Hallisches Tor auf der 1921 in Kreuzberg umbenannt wurde. Die Einwohnerzahl stieg von 23.671 im Jahr 1867 bis auf 164.902 im Jahr 1910-2011 zählte die Bezirksregion 2 noch 59.787 Einwohner. Die Ortslage hat den Zweiten Weltkrieg und vor allem den schwersten Luftangriff im Februar 1945 im Gegensatz zur zentraler gelegenen südlichen Friedrichstadt weitgehend unbeschädigt überstanden. Der Altbaubestand des 19. Jahrhunderts ist hier folglich sehr viel dichter. Das Gebiet der Tempelhofer Vorstadt wird heute häufig nach einem ehemaligen Postbezirk Kreuzberg 61 genannt. In der Tempelhofer Vorstadt wird alljährlich der Berliner Karneval der Kulturen veranstaltet. Orte und Gebäude der Tempelhofer Vorstadt Admiralbrücke Amerika Gedenkbibliothek Behrwaldbad Belle Alliance Theater Bergmannstraße St. Bonifatiuskirche Camissoplatz Christuskirche Diefenbachstraße Christuskirche Hornstraße Columbia Damm Deutsches Technikmuseum Berlin Diefenbachstraße Englisch Theater Berlin Fichte Bunker Friedhöfe an der Bergmannstraße Friedhöfe vor dem Halleschen Tor Gade Dragoner Kaserne Jetzt Finanzamt Generalszug mit Yorkstraße und Gneisenau-Straße Gertrauden Hospital Gneisenau-Straße Grefe Kiez Hallersche Torbrücke Hasenheide Haus Lindenberg Heiligkreuzkirche Hornstraße Jesuskirche Karstadt Warenhaus Hermannplatz Katholisch-Apostolische Kirche Berlin Süd Kirche am Südstern Dienstgebäude der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin Kötestraße Cottbusser Damm Kreuzberg Hügel Kreuznerrohrberger KZ Kolumbia Lettre Tage Maheineke Platz Markthalexie Maheinekehalle Meringdamm Meringhof Mehlernichtonkirche Meckernstraße Movimento Nationaldenkmal für die Befreiungskriege Nostitzstraße Park am Gleis Dreieck Passionskirche Riemershofgarten Sarotihöfe Südstern Theater Tigwa Türkbachim Efi U-Bahnhof Gleis Dreieck U-Bahnhof Gneisenau-Straße U-Bahnhof Meringdamm U-Bahnhof Meckernbrücke U-Bahnhof Platz der Luftbrücke U-Bahnhof Schönleinstraße U-Bahnhof Südstern Urbanhafen Urban Krankenhaus Urbanstraße Viktoriapark Viktoriakquartier Willi-Kressmann-Stadion Jörgstraße Zossener Straße Zossener Straße Untertitelung des ZDF, 2020